Frauen, die auf die 50 zugehen, fangen an, sich unsichtbar zu fühlen. Sagen wir Ihnen, Ladies, wir wissen, dass es euch geht. Mein Leben lang habe ich darauf geachtet, was ich esse, was ich sage, wie ich gehe, was ich anziehe. Weil man es machen muss, wenn man eine Frau ist, Mädels. Sie interessiert nur, was andere Leute über sie denken. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, tut sie alles. Ich sehe gut aus. Offensichtlich ist das Alterwerden inzwischen billig ein sensibles Thema. Ich sehe ja, wie es dich aufhört. Tell me, you're right. Sie ist meine Meinung. Weil ich deine Meinung extrem schätze, ich werde dein Erbe in Ehren halten. Das verspreche ich. Als Mann hast du einfach so unendlich viele Möglichkeiten und als Frau, ich... Sie wollen einfach, dass ich aufgabe. Ruhig, ohne Großwirbel zu machen, aber das werde ich nicht. Und was sagen die anderen über mich da draußen? Die anderen, die sagen, du bist ein bisschen durchgedreht bei deiner Präsentation. Und jetzt, obwohl wir seit 20 Jahren verdammt nochmal miteinander arbeiten, hört ihr mir nicht mehr zu? Obwohl ich Preise gewonnen habe, ich werde es nicht zulassen. Hört ihr mich? Hört mir zu. Hört mir zu. Hört mir zu.